servus und herzlich willkommen mein name ist benedikt hausler und in diesem video heute möchte ich über unser neues gewinnspiel sprechen wir hatten bereits ein gewinnspiel das war vor sechs wochen und da hatten wir auch fünf gewinner denen wir dann wirklich diese schönen wismut kristalle verpackt haben und nach deutschland österreich und der schweiz geschickt haben und wir machen wieder ein gewinnspiel bleibt also bis zum schluss dabei aber davor will ich dir eine kurze geschichte erzählen wir haben natürlich extrem cooles feedback bekommen die leute haben geschrieben hey cool danke ich habe schon gedacht hey das kommt gar nicht mehr wir haben schon gewusst das dauert ein bisschen länger und wir haben ein feedback bekommen das war richtig cool der hat nicht geschrieben pass auf ich habe dieses diesen wismut kristall so gut sichtbar irgendwo in die vitrine hinten rein getan so dass jeder der wo jetzt reinkommt der nachbar oder sonst jemand einfach dass man sieht denn gesagt irgendwann kommt man doch immer zu dem punkt da weiß man immer was man erzählen soll bevor man dann sicher zählt er erzählt man sich ja dann wahrscheinlich beim grillen das tausendste mal wer das letzte mal richtig geile stege oder surf und hör auf gemacht haben wie toll das alles waren also ich habe schon zweimal diesen wismut kristall genommen und habe einfach mal auf den tisch gelegt und habe gefragt was das ist und dann sind die ganzen oberschlauen haben nicht gewusst was das ist und dann kommt ihnen richtig coole geschichte erzählen nämlich das ist ein wismut kristall und der wird erst so wenn man den hat mit elektrolyse dann in so ein wasserbad tut und dann hat er ist diese kristall eine form und das ist eines der seltensten metalle ja also wismut gibt es ein bisschen öfters wie gold aber gehört zu den strategischen industriemetallen die in unsere wirtschaft unverzichtbar sind und sagt das ist einfach ein richtig cooles gefühl mal daheim was zu haben was sonst keiner hat ich selber kenne es auch wenn freunde zu mir kommen und die sehen dann hinten ich habe hinten hat so ein paar silber münzen ein paar gold münzen so so offen liegen weil ich die einfach für videos brauche die setzen sich da einfach hin und spielen dann mit den silber münzen weil es einfach es ist eine unglaubliche faszination die von edelmetallen die von elementen ausgehen ja wer wir hat schon spaß ich habe da drüben auch einen ordner mit versicherungsunterlagen und so weiter wer wird mit sowas spielen stattdessen wenn man ein bisschen hafenjum hat und so weiter das ist was man in der hand halten kann ich meine das ist ja auch nichts gefährliches giftiges oder radioaktives es ist unglaublich schön und vor allem es ist wertbeständig seit tausend von jahren wenn ich da drüben den ordner anschauen mit meinen ganzen versicherungsunterlagen weiß ich genau wenn ich einmal in 100 jahren vielleicht nicht mehr hier bin dann sind diese unterlagen auch nicht mehr hier aber diese metalle die kann ich einfach an die nächste generation übergeben und ich weiß genau dass die dann in 100 jahren noch mindestens das gleiche wenn ich sogar mehr wert sind gut unser neues gewinnspiel handelt von einem kundenwunsch wir haben immer wieder anfragen die in die eigentliche gleiche richtung gehen wir haben ich sag mal viele profis sind unter euch die genau wissen was sie wollen und viele kommen dann und sagen halt was auf ich habe vollkommen verstanden dass es sinn macht wenn ich mal fünf zehntausend 15.000 50.000 in silber investieren will dass es dann sinn macht in den zollfreil lager zu gehen weil ich dann sieben bis neunzehn prozent umsatzsteuer sparen das heißt ich bekomme bis zu 23 prozent mehr mahrer für mein hart verdientes geld die frage ist nur wie mache ich das und vielleicht brauche ich auch noch ein paar steuerliche hintergrundinformationen unter einfach paar allgemeine informationen wir haben uns entschlossen einen kurs zu machen wirklich für absolute anfänger beim thema edelmetalle aber auch für diejenigen die sagen hey ich bin schon ein bisschen versiert und will gerade über zum beispiel zollfreilager in edelmetalle investieren und will einfach eine schritt für schritt anleitung haben wir haben einen online video kurs gemacht ich werde jetzt mal kurz zeigen wo du den findest diesen online video kurs werden wir für 197 euro verfügbar machen und werden den jetzt in der anfangsphase ja zu kommen für circa 50 prozent reduzieren das heißt dass ihr diesen kurs auch für 97 euro bekommt und den gutschein code den was es damit auf sich hat werde ich jetzt gleich erzählen zuerst schauen wir uns mal an was denn dieser kurs alles beinhaltet weil dann kannst du auch sehen ob dieser kurs überhaupt relevant ist für dich oder ob du sagst hey ich habe so kompliziert ist so spezielle anliegen es macht ein beratungsgespräch wesentlich mehr sinn dass wir mal sprechen so lass uns mal auf unsere aktuelle seite schauen also findest ihr unser aktuelles video und natürlich die möglichkeit dich zu einem beratungsgespräch bei uns zu bewerben und hier siehst unser aktuelles online training hier kommt auf die seite und hier findet man ein video ein klebe mit allen inhalten und hier den verschiedenen sachen die du wissen musst wie schaut dieser kurs aus springen wir mal rein das ist jetzt die benutzer oberfläche sowie du sie auch sehen wirst hier springen wir mal rein und das ist die oberfläche mit den verschiedenen kapiteln wir werden die verschiedenen kapitel auch noch erweitern wir werden noch einige dazunehmen wir haben schon viele testkunden aktuell drauf und das sind aktuell die kapitel also erstens grundlagen dann edelmanipulation zukunftschancen dann edelmetalle und vermögens schutz der archimedische punkt die lagerung also das ist unserer meinung nach das wichtigste das oft übersehen wird und dann die macht von edelmetallstrategien das ist auch was ich in unserem youtube video immer wieder erklären und dann die öffnung eines online depots und soll verlagern ist dass du optimalerweise nach diesem kurs da eine vermögenswerte schützen kannst auch zum beispiel schweizer boden und auch neben den edelmetallen daheim ein zoll verlager für deinen vermögensschutz nutzen kannst werden wie gesagt dieses die kapitel noch weiter erweitern und auch zum thema schweizer vermögensschutz lösungen also wirklich mit schweizer privatbanken schweizer kantonalbanken hier noch ein bisschen was einfügen also dieser kurs wird sich dauerhaft entwickeln und jetzt unser angebot an euch wer zugang haben will zu diesen kurs statt 197 euro stattdessen für 29 euro der muss folgendes machen der kann nämlich einen gutscheincode von uns gewinnen wir haben insgesamt sechs gutscheincodes die wir verfügbar machen für euch das einzige was ihr machen müsst ist dieses video teilen dieses video liken und unbedingt ein abo da was wenn ihr das gemacht habt dann nehmt ihr automatisch teil an der verlosung wir schreiben euch dann einfach in die kommentare dann rein wer gewonnen habt hat und schicken euch dann per e mail den gutscheincode durch der deal ist ihr bekommt diesen gutscheincode kommt also extrem viel rabatt wir bitten euch aber um eines wir wollen euer feedback haben wir wollen von euch wissen was ist gut an dem kurs was findet ihr richtig klasse aber vor allem auch was muss da noch rein welche informationen erwartet ihr von einem der besten online kurse auf dem deutschen markt zum thema edelmetalle welche informationen fehlen noch was muss noch rein damit wir auch diesen kurs für euch für unsere kunden auch noch weiter optimieren noch weiter verbessern können von dem her das was du jetzt tun musst ist dieses video liken dieses video teilen und einen kommentar in unter diesem video schreiben